Hallihallo und willkommen zurück in dem Sirenen-Nest. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Ganz zickezacke Flux und so. Da werden wir draußen mal gucken. Wir haben ja jetzt noch zwei Nebenmissionen angenommen. Sollten die in der Nähe sein, mache ich die. Ansonsten nehmen wir uns nämlich erstmal was ganz anderes vor. Was haben wir denn hier? Ja, das dachte ich mir nämlich. Wir müssen bis sonst wo hin für die Aufgaben. Was ist denn das denn? Lass mich hier ruf. Ach, Haus des Sammlers. Das ist der Nebenauftrag, den ich momentan aktiv habe. Gut, okay. Da lassen wir den einfach mal in Ruhe. Weil ich jetzt ehrlich gesagt auch Bock habe, hier endlich mal das nächste Kapitel zu starten und in diese Nervenheilanstalt zu reißen. Was immer mich da auch erwarten wird. Es wird nicht schön sein. Ah. Kannst losgehen? Ich weiß wieder, warum ich Boote hasse. Ja? Schwimmen hasse ich noch viel mehr, also steig ein. Nein, ich rudere. Du ruderst ungefähr so gut, wie ich tanze. Klar. Etwas Bewegung wird dir guttun. Na gut, wollen wir doch mal sehen. Dank dem General war die Flucht aus der Festung äußerst knapp. Meine Hand ist der beste Beweis dafür. Jedenfalls war es eine Überraschung im großen Tresor, einen Teil des Urkraftsteins zu finden. Ich hatte seit dem Unfall nicht mehr daran gedacht. Es ist schwierig, zwischen Geisten und Götzen einen klaren Kopf zu bewahren. Wer hat Aaron... Ach Mann! Na, vielleicht sterben wir ja. Da können wir es weiterlesen. Oh, das ist aber düster hier und nebelig. Und, äh... Was hat Aaron jetzt mit Moira zu tun? Glaubst du an Geister? Hä? Geister. Äh... Also die Toten... ...kommen zurück als Heimsuchung. Als Strafe. Du glaubst, Aaron sucht dich heim? Ich weiß nicht, vielleicht... Na, also ich denke schon, ich hab da schon so einiges erlebt. Und die Schwermut wird's wohl nicht sein. An ein Ritual. Irgendeine Explosion. Aaron starb. Das vergesse ich nie. Und alles andere ist... Weg. Ach, komm schon, Garrett. Du hättest das Mädchen niemals in Gefahr gebracht. Das war sie doch mit Sicherheit. Zeit selbst. Klar, aber trotzdem. Dann wird ja wohl mal ein bisschen traurig sein können. Ich hoffe, die Anstalt ist noch in Betrieb. Ich hasse nämlich so... Oh, kennt ihr das aus Horrorfilmen? Nerven, Heilanstalten und Gefängnisse, wenn die so leer stehen. Die Gitter verbogen. Boah. Ich wusste es, das läuft garantiert darauf hinaus. Aber sei vorsichtig. Werd nicht selbst ein Geist. Ich war schon immer ein Geist. Es kam her, dass diese Insel einen guten Ruf hatte. Die Verlassenen. Spannende Töne. Aber das sieht hier ein bisschen runtergekommen aus. Hat das schon recht, der Basser? Ich hab nicht genau zugehört. Er hat irgendwas gesagt von wegen... Äh, dass ein paar Gefangene fliegen konnten. Schiffe kamen raus, aber keine mehr rein. Irgendwie sowas in der Art. Also befürchte ich schon fast wieder, dass das... So ein richtig schön gruseliges, leerstehendes Gemäuer sein wird. Wenn ich die Bäume hier schon sehe. Können wir nicht wieder umkehren? Oh Gott. Können wir nicht bitte wieder umkehren? Hier wollte wer abreißen. Hat es wohl nicht mehr geschafft. Keine Lichter. Ihr wisst, was das heißt. Warum immer ich? Weil wir haben noch schnell versucht, alle abzuhauen von der Belegschaft. Was ist das? Das ist nur eine Kiste. Zum Glück ist das hier überhaupt nicht gruselig oder so. Boah, ein Helm von der Wache. Zack. Au, au, au. Erreiche das Gelände der Heilanstalt. Habt ihr das gehört? Ach, ich kann das nicht klauen. Schade. Ei, 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 ei. Ah, da hinten klitzert aber was. Immer schön umgucken, Peter. Man weiß nie, was man findet. Leuchten da doch ein paar Fenster? Na, ich weiß ja nicht. Wir haben auch wieder viel Gold. Wir sollten irgendwann mal wieder zur Königin der Bettler rüber. Die hat bestimmt noch ein paar schöne Fokus-Pünktchen für uns über. Was zur Hölle? Alter. Mutti? Bist du das? Tut mir leid, dass ich dich so lange nicht besucht habe. Oh, Mann. Hier steht ein Rollstuhl rum. Oh, da klitzert was. Da klitzert was. Inventar voll. Und was ist das Feines? Schaffrigur. Oh Gott, muss ich da echt drin? Ähm. Alter. Ich bin so gar nicht für sowas geschaffen. Könnten wir das also bitte lassen? Da kommt Licht. Oh. Alter. Oh. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Alter. Ich fasse es nicht. Ist das ein Scheißladen? Ich will das alles gar nicht. Oh Gott. Ich gucke da durch und denke mir so. Oh, ist ja schön leer hier. Und auf einmal ist da ein Kopf. Das können die doch nicht prägen. Was ist das für ein Kapitel? Keine Besucher heute. Keine Besucher heute. Patient 63 empfing Lord Abercrombie. Keine Besucher heute empfing ihren Gönner. Keine Besuch. Besuch? Oh. Jetzt tut mir gleich der Hals weh. Dann nimmt man hier auf mit ein bisschen Halsschmerzen. Denkt, jo, ich muss ja nicht rumschreien. Und dann kommt da so ein Kopf. Und dann wird dazu gezwungen zu schreien. Und in Panik zu geraten. Alter Schwede. Ich habe mich so erschrocken. Das glaubt ihr gar nicht. Ich hoffe, für euch ging es wenigstens genauso. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Mir geht immer noch das Herz. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Ich bin ja auch jemand, der selbst bei leichten Horrorfilmen schon recht aktiv wird. Deshalb ist sowas überhaupt nichts für mich eigentlich. Waren wir auf der anderen Seite schon? Oh, verflucht. Mann. Wenn das noch ein paar Mal geschieht, dann könnte er mich wegwerfen. Oh, jetzt ist aber mal gut, Alter. Warum bin ich denn heute so schreckhaft? Boah, es ist doch noch gar nichts groß gewesen. Ich habe nur den üblichen Geist gesehen, den ich schon öfters mal hatte. Also bleib ruhig, Mensch. Du kriegst das schon gebacken. Ich bin ein Meisterdieb. Ich fürchte mich doch vor gar nichts. Oh, ich hasse so le... Oh, wie ich das hasse. Können hier nicht einfach ein paar Wachen sein und alles noch in Betrieb und so? Das fände ich um einiges angenehmer. Ich gehe nicht mehr in die Nähe von der Tür. Wenn hier nur Türen sind, ne, dann ist das Let's Play jetzt halt vorbei. Was zur Hölle? Ist das eine Drehtür? Das ist eine Drehtür. Nichts da. Meins. Oh, du Mist. Ich traue mich nicht, da durchzugehen. Oh, Gott. Hallo? Männerabteilung. Oh. Ich habe auch weder Mohn noch Futter dabei. Tür da hinten wackelt. Ich bin also bestens ausgerüstet für den... ganzen Zermohn hier. Oh, ich traue solchen Orten nicht. Ganz und gar nicht offen gesagt. Oi, 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 oi. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ein Seilfeil. So. Was Besseres habt ihr wohl nicht gehabt? Was liegt denn da? Gedichte 2. Die Gedichte der Heilanstalt von Moria ist faszinierend. Die Geschichte, Entschuldigung. Einschließt es der aktuellen Debatte, ob es sich eher um ein Gefängnis oder um ein Krankenhaus handelt. Die ehrwürdige Witwe Moira hielt es für einen Ort zur Behandlung von Wunden an Herz und Seele, an dem man sich zu den beruhigenden Geräuschen von Brandung oder bei völliger Stille von der Unbill der Welt erholen konnte. Baron Olicious jedoch betrachtete es in seiner unendlichen Weisheit als Möglichkeit, die Degenerierten der Stadt loszuwerden und das zum Preis einer Großherzigkeit, wie sie in unserer jetzigen Zeitalter undenkbar wäre. Irgendwer wollte, dass von da unten nichts hochkommt. Ich kriege jetzt langsam wirklich Angst, weil ich mich noch daran erinnern kann, als wir unter dem Bordell waren, als da dieses Vier umgeschlichen ist. Wenn es solche Viecher in diesem Spiel gibt, will ich nicht wissen, auf was wir hier noch alles... Ich würde am liebsten das Schlüsselloch gucken, aber ich traue mich nicht. Oh Mann. Ich gehe gerade echt auf dem Zahnfleisch. Ich bin hier total in Panik. Ich habe so Schiss, dass hier gleich irgendwas kommt und mich wieder mal erschrecken will. Ah, guck mal, Schieber. Ein bisschen schieben, ein bisschen klauen. Können wir hier auch aufmachen. Wo ist dies doch? Nur leider finden wir hier nichts. Ähm. Okay, wir können hier wieder raus. Warum zur Hölle sind wir allein? Schon allein diese Rollstühle, die haben... Die haben so eine gruselige Wirkung. Also ohne Mist, wenn mir hier irgendwas entgegenkommt, vergesse ich meinen Codex und töte es. Sofern das möglich ist. Wir können hier nicht weiter. Ach, wir sind hier am Untergeschoss. Stimmt. Da müssen wir wohl wieder nach oben. Und hier konnten wir echt nichts aufmachen. Na sowas. Hallo Maus. Beziehungsweise Ratte. Meins? Ach, noch ein Seilfall. Das ist aber nett. Bericht über Durchbelüftung. Patient 63 ist aus ihrer Isolation entschlüpft und hat Aufruhr in der Männerabteilung verursacht. Bewerkstelligt hat sie das anscheinend über die Belüftung in den Duschen, die mittlerweile mit Gewindeschrauben versiegelt wurden. Weitere Beobachtungen müssen zeigen, ob diese Maßnahme erfolgreich war oder nicht. Hm. Ach, das ist nur der Vorhang. Mein Gott, Walter, Peter. Jetzt komm mal wieder runter. Abwesenheit. Huxley, ich stelle fest, dass du in der letzten Zeit recht häufig abwesend bist. Die Schichten in der Reformierung sind für dich schwer zu ertragen, das weiß ich. Aber wir müssen alle unseren Beitrag für das Wohlbefinden unserer am schwersten erkrankten Patienten leisten. Zudem ist mir aufgefallen, dass du seit Neuem hingst. Lass dich von Dr. Stateman untersuchen. Alle unsere Schwestern müssen kerngesund sein, solange unser Schutzherr auf der Pirsch ist. Na, sowas. Auf der Pirsch ist er, ja. Auf der Pirsch ist er. Und ich find hier nichts zum... Ich wollt nicht späne, ich wollt die bitzen. Elendes Gesinde. Oh, guck mal, da hab ich doch was. Hier können wir am Rad drehen. Mach ich gerne mal. Aber bevor wir das machen, stelle ich mich erstmal hier hin und verabschiede mich. Boah, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo es garantiert gruselig werden wird. Macht's gut. Und... Ich weiß nicht wirklich was,